Brauchst du dich nicht von mir verbeugen? Ich übe, Mensch. Was? Ich übe für die Schulvorstellung nächste Woche. Trittst du da als Pausen-Clown rauf? Ha! Du wirst dir alle Geräten brechen mit deiner Turnerei. Mensch, Walze, mach doch den Schinken zu auf der Treffe. Schinken? Aber es ist ganz so spannend. Gleich kriegen sie sich.